Keine Ahnung, wie kann denn hier ständig was explodieren? Ey, was ist denn mit denen? R-E-W-R-N-S-I-D-T Hallo meine Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Novos Heute mit unserem allerlieblings-lieblings-mitspieler dem Revenserwein Hallo, ich bin der allerlieblings-lieblings-mitspieler Herzlich willkommen auch bei mir bei der Folge Novos Wir freuen uns alle sehr, dass du da bist Scheinbar ist mein Launcher abgestürzt, ne ist er nicht Bin doch auf dem Server, Freunde, was geht? Hallo So mein Freund, Felix, 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 jetzt mach mal hier nicht Hallo, stopp, Felix, mach jetzt mal hier nicht auf Happy Face Mach jetzt mal hier nicht auf Happy Face, okay? Ah, creepy, creepy, ihr wart creepy bei mir Mach jetzt mal hier nicht auf Happy Face, ich hab ganz genau mitbekommen, was abgeht, okay? Du, ich hab, also, ähm... Ja, du hast was Du hast jetzt die Möglichkeit, dich rauszureden Was hast du gemacht? Also, ich sag nur eins Ja Ein falscher Schritt Und was? Und ein Hund stirbt Felix Er hat eine Sprengstoffweste um Wenn du eine falsche Bewegung machst, dann stirbt er, okay? Leid mir nur eins Warum? Also, wieso? Warum? Du hast mein... Du hast mein Haus... Du hast mein... Wow, es kommt da an Du hast Einfach ohne Grund ein TNT unter mein Grundstück gelegt Es war ein Witz Das ist ein Prank, Bro Das war ein Witz, ein Witz, ein Witz Das ist ein Prank, das ist ein Prank Da ist der Junge, da ist der Junge So, wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Hier, komm zurück Hier unter dir Wo? Hä, fliegt da gerade, ist es jemand anderes? Ich bin hier jetzt nicht, du Vogel Ich bin... Du bist ganz woanders, du Dummkopf Hä, achso Ich bin auf deinem Grundstück Dumm als Dinner Nein, bist du nicht Doch, ich stehe auf deinem Grundstück Jetzt bist du da Wo bist du? Ey, uns beobachtet einfach jemand anderes Da oben Wo bist du? Hauptnahrer beobachtet uns Warte mal ganz kurz Felix, bleib mal stehen Ja Bleib mal stehen Ja, nein, nein, nein Du hast einen Sniper Einmal schießen Ich weiß nicht, wie du einen Sniper hast Warte, ich muss erst mal Ich muss erst mal einen Raspberry Saft Erst mal einen Saft trinken Okay Wo ist mein Hund? Wo ist mein Hund? Komm her zu mir Und dann mach ganz vollstieg Felix, bitte, bitte, Mann Wieso hast du das mit Spike gemacht? Mann, ich liebe diesen Köter Warum? Tja, weil du Also ich meine Du weißt selbst genau, was du gemacht hast Und du kannst nicht sagen Oh, das war ein Spaß Ja, es war Just a Prank, Bro Ja, es gibt hier keinen Just a Prank, Bro Was hat der schon für eine Rüstung Aber was ist denn mit ihm? Guck mal, was sind wir für Low Bobs? Ja, ich weiß auch nicht, was Der fliegt auch die ganze Alle beiden auch Und der ist nicht so Die Umweltverschmutzung oder in mir Alles egal Kriegt direkt einen Schuss Hör mal, da bitte auch da oben, du Wichser Jetzt mal ganz wichtig Wo ist mein Da ist mein Hund TNT Wähle Hebel Nicht abbauen Ja, das ist Das ist die Vorrichtung von meiner Das ist meine Sprengvorrichtung Halt deine Fresse Das ist meine Sprengvorrichtung Guck mal Willst du dem Zombie das überlassen? Willst du dem Zombie das überlassen? Willst du das dem Zombie überlassen? Nein, der Hund ist im Treibsand Der Hund ist im Treibsand Nein Der Hund ist im Treibsand Das andere habe ich nichts mehr zu tun Warum hast du mich nicht reingetan? Du dummer Wichser Ich habe mir nichts zu tun Ich habe mir dem Hund nichts zu tun Ich habe dir nicht in den Treibsand getan Das labert runter Ich hör das doch Nein, ich habe mich zu tun Ey, ich sterbe, Felix Ich sterbe, meine ganzen Sachen sind weg Felix Felix, du Wichser Wo ist mein Hund? Ey, die sollen noch auf, um mich zu hauen Die Hurensöhne Schreib mir so Was soll das? Du Domanottensohn Mann, warum? Es gibt einfach keinen Grund dafür Ey, was soll denn das? Was? Bist du irgendwie geistig behindert? Was soll denn das? Voll verdient hast du Digga, ich habe ein bisschen was von deinem Grundstück kaputt gemacht Mehr nicht Aber wie ist das denn mit deinem Hund passiert? Wie ist der Hund jetzt gest... Was? Das war Raubner und Benni waren das, die zwei Spastis Ja, ich habe das nicht gemacht Wirklich nicht Ey, was soll denn die Kacke, Mann Aber ich bin mir sicher, mein Lieber Du wirst diesen Hund auch mal wiedersehen Das ist ein ganz besonderer Kleiner Dummkoffer bist Aber Vertrau mir Der Junge Dieser Hund hat noch eine ganz besondere Bestimmung Und du wirst das später noch erfahren Hä, was laberst du? Aber das Wichtigste ist das erste Mal, dass wir weitermachen Wir haben wichtige Sachen zu erleben Was redest du denn jetzt, Felix? Dieser Hund ist tot Ob du mir glaubst oder nicht Du wirst ihn doch irgendwann wiedersehen, okay? Denkst du, weil das hier war irgendwie alles hier Denkst du, weil das hat irgendwie keinen Sinn, was hier gemacht Mann, was soll denn das? Die sollen auch für mich zu nerven, diese Horensöhne Ich bin selbst eingeschubst worden Mann, das nervt richtig, Alter Verpisst euch doch mal, ihr Missgeburten Ey, jetzt helfe Du kleiner Boah Mann Was ist denn das? Sind die irgendwie auf den Kopf gefallen, die zwei Spastis? Au Was war das denn jetzt? Als ob ich auch gestorben bin Ey Was ist denn hier los? Revi, wir müssen gegen dich zusammenhalten Du hast meinen Hund getötet Revi, es ist alles für einen höheren Zweck Du wirst es früher Einen höheren Zweck Du hast meinen Hund umgebracht Du hast meinen Hund umgebracht Ich hab das Bike geliebt Das glaub ich dir zwar Aber sei dir sicher Er hat einen höheren Zweck zu erfüllen Und wenn er die ganze Zeit hier bei dir ist Ey, ich werd hier von irgendwas gesnipet Hier schießt irgend so Wichser Auf mich Oh, das ist hier bei mir Äh, ja, das ist irgend so ein Dieser Schusstyp Der hat mich halt eben auch abgeballert Und daneben sind irgendwelche Skelette und was Was weiß ich nicht Alles Und ich bin auch tot Das gibt's doch nicht Ey, du doch mal Penner Hier werden nicht mattieren Töten einfach alle Außer die Zombies Was ist denn das? Oh nein Jetzt ist dir noch ein Creeper explodiert Oh, oh, das war nicht vorgesehen Nein, nein, nein Nicht bei meinen Sachen Oh Gott, das ist direkt daneben So, du brauchst deine Sachen ab Danach brauche ich meine Sachen ab, okay? Ich, ich, pass auf, dass es sich nicht in den Treibstand geht's, ne? Ich bin im Treibstand Nein War nicht, meine ich, Entschuld Ey, was ist denn das? Das war, das war ein Robot Das, ich dachte die ganze Zeit, das ein Spieler ist, aber es ist kein Spieler Was ist denn hier los? Ich, ich, ich sehe, ich sehe das Ding nicht Das ist ein anderer Mob Ich sehe das Ding nicht Ich, 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 es ist unsichtbar Oh, ich wurde reingeschobst Du hast meinen Hund getötet Nein, die, 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 die helfen uns Hilft uns Mann, du hast meinen Hund umgebracht Ich hab hier nicht umgebracht Das waren die, das waren die, äh, Buddys Aber die haben das nicht böse gemeint Der hatte eine höhere Bestimmung, glaubt mir Vor allem, Creeper, nein Ey, jetzt hört nochmal auf, ein Grundstück kaputt zu machen Was ist denn mit euch allen? Das war ich nicht, das sind die Buddys Ey, hier sind so viele Sachen jetzt vor Ich sehe hier keine, Mann Was soll denn das? Das sind die Buddys Es sind die irgendwie komplett auf den Kopf gefallen Die zwei Affen Ich wette, die meinen das nicht blöd ist Aber es ist echt ein bisschen kacke Mann Die zwei Inzug Bros Was ist denn mit denen? Eieiei Nice, meine Sniper ist weg, Felix Geil Was? Ernsthaft? Och, Mann Ey, wie uncool Aber ist irgendwas in die Lava gegangen oder wie? Keine Ahnung Wie kann denn hier ständig was explodieren? Ey, was ist denn mit denen? Ohne Witz, Mann Das ist Griefing, Alter Das ist nicht erlaubt Guck mal, die machen hier alles kaputt Ist halt nicht mehr witzig, ihr kleinen Hurensöhne Ist es halt nicht Ey Alles ist... Ey, die haben alles hier... Jetzt kommt ja noch ein... Junge, ich krieg jetzt so viel, Mann Das kann wirklich nicht wahr sein Ich krieg jetzt so viel Das geht deutlich zu weit, Mann Ja, ist halt so Ich hab keine einzige Sorge gesprengt Junge, das ist alles nur deine Schuld Nein Das ist nur wegen dir passiert Nein, ich hab mit den Buddies nichts zu tun Unsere ganzen... Meine ganzen Dears sind weg GG, auf jeden Fall Ich hab keine... Felix, meine ganzen Dears sind weg Ich würd sagen Lass uns den kühlen Kopf bewahren, okay? Ey, was ist denn das? Wir hatten unsere Fäde Oh nein, alles auf, alles auf Der ist in der Kiste explodiert Alles auf Ah, rede, geh weg Das ist ein Creeper Junge, ich seh den Creeper nicht Ja, der ist in deinem... In deinem... Keine Ahnung, was er immer da ist In deinem Loch Ist er tot? Alter, die sind auch sauschnell Diese... Die Teile da Oh, hier, Star Warum auch immer Das ist meins Ich hatte welche in der Kiste irgendwo Ich hatte irgendwo welche in der Kiste, Mann Du hast irgendwelche geklaut? Ah, nein! Nein! Mann, das ist doch nicht fair! Das ist nicht fair, Mann! Ich schwöre es euch! Boah, diese Two-Epic-Spastis, Mann Ich wollte gerade vorschlagen, dass es den grünen Kopf bewahren Wie denn? Wenn ich die ganze Zeit getötet werde Wir werden uns ordentlich entschädigen von denen Ordentlich entschädigen, okay? Die sollen mir Essen geben, die Faggots Guck mal, ich unterstütze dich jetzt Wir haben unseren Stress gehabt Mein Hund ist tot Glaub mir Er wird wiederkommen Wie soll dieser Hund wiederkommen? Glaub mir einfach Einmal im Leben musst du mir glauben Und du wirst sehen Das hat alles einen höheren Zweck, okay? Alles klar Glaub mir einfach Aber wir müssen jetzt erstmal Ein bisschen technischen Fortschritt machen Und deswegen Müssen wir es jetzt Das ist die schlimmste Folge meines Lebens Guck mal, die Buddies sind auch nett dabei Die reparieren hier schon alles Und deine Hühner sind nicht gestorben Die zwei Stück, die du hast Toll, dafür ist meine Sniper weg Die ultra-rare ist Deine zwei Epic Buddies hier vielleicht Die beiden Hühner Willst du mich verarschen? Da als Entschädigung Hat er irgendwas da hingeworfen Aber ich weiß nicht was Oh, ein Diamantblock Nice Ja, toll Kriegst du denn noch was? Weil du mein Grundstück kaputt gemacht hast Nein Aber er hat es mir gegeben Ach Felix Jetzt komm, hör doch auf Jetzt wird es aber echt unseriös Ist deiner Ist deiner Aber Er sagt doch, dass dein Grabstein noch da ist, ne? Hier Herr Reh, wie ist doch dein Grabstein? Da sind alle Sachen da drin Ja Da ist aber nicht alles drin Als ob Du musst ihn abbauen Wenn er da steht, dann noch da Woher willst du wissen, was drin ist und was nicht? Nein, hier ist Treibsand Och Mann Ich will sterben Mach diesen Treibsand weg, du Bastard Junge Meine Fall ist die Beste der Welt Mach ihn weg Ich hab alle im Stream gesagt Das wird er niemals im Stream So dumm und läuft da rein Und du bist einfach 10 Mark eingelaufen Jetzt ist hier so eine Scheißhöhle unter Erde Wollt ihr mich verarschen? Ihr wollt mich doch alle ficken Oh, noch einen Jemandblock Einer ist für mich Der hat mich extra angestupst Der ist für mich Ich weiß nicht, ob die Two Abbey Buddies Etwas Schlechtes gemacht haben Oder was Gutes Ich weiß auch noch nicht Ich weiß ja nicht, wie viel Schaden du hattest Vielleicht können wir uns eine Query geben oder so Wir brauchen Energie und eine Query Halt deine Fresse Oh Mann Und Rebi, du hast noch eine Wahl Du musst dir irgendwo Entweder gibt es Diamanten oder TNT oder so Irgendwo musst du dir mal drücken Ich würd's jetzt machen, Rebi Bevor du weiter aufbaust Weil ich hab das Gefühl Ihr könnt ja auch noch mehr in die Luft fliegen Mach mal Ja, fick meinen Arsch Fick meinen Arsch, Alter Oh, fuck Ich sag, wir hätten bestimmt Diamanten bekommen können Oh, fuck Warum, Rebi, warum? Weil du mein Grundstück kaputt gemacht hast Nein, das war ich nicht Das stimmt ja nicht Aber jetzt leckst du mega Es stimmt ja gar nicht Stimmt ja wohl Egal, dafür kommst du jetzt in meinen Kopf Mein Feld ist auch kaputt Ich hab nichts mehr Ey, Mann Mann Rebi, aber guck mal Wir bekommen Sachen, von denen deine Sachen sind Ich zeig dir, wo deine Sachen sind Die sind ja noch alle da Du musst nur vorsichtig sein Wenn du die holst, dass noch was in den Lava fällt Okay, das kann ich mir bei dir auch vorstellen Ich hab meine Sachen alle wieder Hast du alle wieder? Ja, ich glaube schon Und zusätzlich hast du, da haben wir Diamanten bekommen Toll, haben wir sogar Profit gemacht in dieser klasse Folge Abgesehen davon, dass der Hund, den ich überall alles liebe Nach wie vor immer noch weg ist Glaub mir, du wirst ihn wiedersehen Felix, ich habe keine Ahnung, was du mir sagen möchtest Guck mal, die Baldies sind mega korrekt Die bauen alle wieder hinzu Ich glaube, die Baldies haben auch vorher alles kaputt gemacht Ja, gut, das stimmt, hatte ich Ist halt immer witzig, ne? No, guck mal Ey So, jetzt sind wir quitt Jetzt sind wir quitt Okay, gut Wenn wir jetzt quitt sind, dann können wir auch mal zusammenhalten Habst du noch Items im Inventar, die ich gerade getötet habe? Ne, ne? Nein, aber bitte, du baust meinen Grabstand nicht ab Weil ich möchte schon meine Sachen wieder haben Sonst stresse ich, wenn du dir das alles wieder Ne, ich wirf dir jetzt alle in den Lava Ah, ich bin selber in den Lava gefallen Als ob Aber zum Glück regnet es, ja Hier ist ein Netherportal direkt vor meinem Haus Oh, ich habe riesige, meine Essensdinge Also riesige Angst geworden Stress dich, warum ist das hier alles so laut? Das weiß ich auch nicht Ich weiß nur, diese Folge ist komplett anders als das geworden, was ich geplant habe Ich dachte, kurz mal Rewe, wir trollen Und danach wollte ich ihn auf die Kuhseite ziehen Ja, kurz mal Rewe, wir trollen Kurz mal Rewe, wirs Leben zerstören Ich wollte ihm dir eine Kooperation anbieten Weil wir beide sind eigentlich Haben sozusagen ein paar Sachen Rewe und ich haben nämlich jeweils ungefähr 5, 6 Diaranten Nein! Warum kommt dieser Creeper schon wieder her? Hast du irgendwo verdient? Kann ja nicht sein, dass dieser Wichser immer wiederkommt Kann ja einfach nicht sein Ah, warte auf, mein Grundstück zu sprengen hier unten Felix! Was? Warum passiert mir das? Ich weiß es nicht Bin ich ein so schlechter Mensch? Ja, das glaube ich eigentlich schon ein bisschen Ach! Pass mal auf, du kriegst erst mal von mir Blaubeilsaft, okay? Saft? Dann blubbern wir erst mal zusammen Blaubeilsaft und dann trinken Lass mal die Friedenspfeife, äh, Friedenssäftchen, äh, zusammen Wo ist mein, wo ist mein Entsafter? Wer hat mein Entsafter? Ey, der war teuer, Mann Der habe ich im Teleshopping gekauft, da ist er Ja, aber ich habe auch einen Juicera Komm her, hier, ne, du kriegst erst mal von mir, komm her Hier ist ein Zwölf Blaubeilsaft, komm her Ja, ich steh ihn hinter dir, hier So, hier, mein Freund Nehmen wir erst mal Zwölf Blaubeilsaft Blubber die mal ein mit mir, so Und dann reden wir Okay, bye, wir hatten Spaß Wo ist das hier? Wo ist das, Alter? Okay, hier, schluss an mit mir, schluss an Okay Cheers, mate Ja, Prost Auf Und Prost Okay Sehr gut Puh, auf die Freundschaft Lecker dieser, lecker dieser Auf die Freundschaft Sehr gut Auch in schweren Zeiten müssen wir irgendwann halt zusammenhalten Haben die noch Tschüss gesagt? Ne, die sind jetzt einfach gegangen, ne Wo ist dieser Dia-Block? Da ist er, so Ja, immerhin haben wir jetzt einen Dia-Block bekommen Das müssen wir auch mal so sehen, ne Ey, wir haben zwei Dia-Blocke Du hast einen, ich habe einen Ja, da haben wir Ey, dann lassen wir doch noch was Abständlicheres machen Aber, warte mal Ja Ein Electric Crusher, warte mal Wie kann ich den abbauen mit der Dia-Pickaxe? Ich hoffe schon Haben wir genügend Dia's für eine Query? Wir haben genügend Dia's Weil ich habe einen Block, du hast einen Block Das sind jeweils neun Man braucht kaum mehr Ja, wir könnten sogar schon zwei Queries machen Sollen wir das machen? Wow, wow Ups Vorsichtig da unten, mein Freund Du, ich warst ja schon auf Ich würde fast sagen, das sind zwei Queries, Mann Aber wir können halt zusammen gucken Dass wir zusammen sozusagen die nötigen Sachen craften Ja Ähm Boah, hier kommt man ja nicht mehr hoch Das ist ja das Ding, ne So Ach, wie hast du das gebaut hier? Ferdis, ich weiß es doch auch nicht Ich weiß doch selber nicht, was das hier ist Also ich würde sagen, ich gehe kurz zu meinem Grundstück hin Wir müssen jetzt jetzt mal aufteilen, wer was sozusagen craften Wir sind ja übrigens fast Nachbarn Also man sieht ja hier, da vorne ist ja mein Haus Ja Obwohl die Leute immer noch sagen, ich Skystone soll ich nicht benutzen Ich finde es irgendwie immer noch nice Ich würde es noch ein bisschen überlegen, ob ich es mache oder Kann man aus Saphir eigentlich Rüstung machen? Ne, ne Das weiß ich nicht Doch, Saphir-Legends kann man machen Geil Ja, dann mach das Ja, mach ich mir jetzt mal eine Saphir-Rüstung hier So Leute, zack Dann haben wir auf jeden Fall wieder eine anständige Rüstung jetzt wenigstens Weil für eine Cray brauchen wir auf jeden Fall Energiequellen Und da würde ich vorschlagen Windenergie Weil Windenergie läuft durch, geht auch wenn der Server down ist Und ein bisschen günstiger ist Und halt auch Nachts Nachts ist es halt ganz geil, ja Eben Deswegen würde ich sagen, wir nutzen die Windkraft dafür Das ist ein guter Plan, Herr Dinner, da stimme ich Ihnen zu Müschen wir mal ein, zwei Oh, oh, ich weiß noch gar nicht, wie Sie haben, Leute Das muss ich mal in einer anderen Folge dann aber zeigen Ich muss aber trotzdem sagen, dass ich echt aufs Head bin, Felix, ne Kev hat hier gebaut Ich kann jetzt zu Kev fahren, direkt zu meiner Death Corporation Hier mache ich überall Leute Da habe ich hier meine Verbindung Die Tour-Epic-Malik sind aber auch Wichser, ne Wie bitte? Sagen so, ja, wir sagen so, ja, komm mal hier, wir helfen, wir bauen hier wieder alles zu Junge, das ist einfach ein riesiges Loch Das bauen jetzt die ganzen Monster, Jungs So halt nicht, ne Mit eurem Fake-Scheiß hier Braucht ihr mir gar nicht so zu kommen, ey Ich schau erst mal, wie man das mit der Query craftet Ich glaube, Query sollte jeder vielleicht alleine craften Die heißt ja nicht Query hier, sondern die heißt ja Machine-Based Sollen wir uns zwei machen, oder wie? Auch immer, ja, ich würde ich sagen Weil wir haben ja eh schon jetzt sozusagen genug für zwei Die haben wir nicht, wir brauchen nur die ganze Kabel, da brauchen wir Stil für Ja, aber Stil haben wir auch genug dafür Wir brauchen auch ganz, ganz wenig Stil für die Kabel Also super wenig Die brauchen wir nicht mal unbedingt, die Kabel Ja, aber es ist ja praktischer, weil du dann halt theoretisch mehr Kisten hinstellen kannst Oder du hast halt mehr Energiequellen, wie du anstellt hast Ne, ne, es geht nur um Energie Ja, ja Und die Kisten, die Kistenpipese sind super günstig Das ist nicht das Problem Wieso kriegst du jetzt Sachen? Ich bin derjenige, der gelitten hat in dieser Folge Äh, ich hab meine ganze Folge, hab ich bei dir So, außerdem ist die Folge jetzt auch schon vorbei, seh ich gerade, Felix Warte, die sagen, bei mir ist nicht nur TNT drunter Felix Als ob Als ob, die haben ja auch was hingestellt Hebel bitte nicht abbauen, ein Geschenk von die Buddies Diamanten oder TNT Als ob Ach man, was für Opfer Als ob Ich würde sagen, Felix, das brauchst du nicht für die nächste Folge auf, oder? Ja, warte, ich fragte noch kurz Aber da hast du auf jeden Fall recht Wir sind leider schon ein bisschen hier über der Zeit Aber ich muss ein bisschen Zeit sparen, weil ich letzte Woche das viel so lang gemacht habe, immer Die sagen das hier Vertrau mir Vertrau denen nicht, Leute Was soll ich machen? TNT Schreibt sie in die Kommentare Ohne Diamanten 1 von beiden muss ich drücken Und dann wird hier, entweder was die Luft liegen, ich kriege ein Geschenk Für heute war es das aber Vielen Dank euch auf jeden Fall fürs Zuschauen Wir sehen uns, ähm, morgen wieder In zwölf Uhr nächste Folge Ja, ja Von Minecraft Novus Auch bei Rewi jetzt mal links hier in der Beschreibung Zu den Buddies auch Zu allen Teilen hier mal hier Ich bin gespannt, was dabei rauszukommen Und ich bin gespannt, ob wir zusammenarbeiten können Und uns eine Query machen können Kriegen wir alles hin, Brudi Bauen wir direkt nebeneinander die Queries Macht's gut, Leute Lasst einen Daumen hoch und da Haut rein Tschüss Vielen Dank fürs Zuschauen Bis morgen, macht's gut Ciao